ich lese in meiner freizeit ganz viele verschiedene christliche bücher und auf eins bin ich jetzt kürzlich gestoßen das wollte ich dir heute vorstellen das möchte ich dir wirklich empfehlen weil es nicht sehr gesegnet hat ich lese immer wieder viele bücher über das glaubensleben wie gestalte ich mein glaubensleben wie verstehe ich die worte in der bibel richtig und wie kann ich das in meinen alltag einbauen und ich lese viel über heilung über wiederherstellung weil das sind wichtige themen die in unserem leben immer wieder die erste priorität haben so empfinde ich das oft und hier habe ich dieses buch gefunden von derrick prinz das ist ganz neu herausgekommen er ist ein bibel lehrer sehr systematisch im denken und im schreiben und er gibt wirklich gute gezielte tipps weiter über dieses ganze thema heilung will gott heilen heilt jesus heute noch die muss ich heilung verstehen was muss ich denn machen damit ich geheilt werde das sind nur ein paar gedanken die ich dazu jetzt weitergeben möchte aber dieses buch kann dir wirklich helfen mit dem wort gottes in dem bereich heilung und wiederherstellung voranzukommen mehr einfach von gott darüber zu wissen mehr von seinem wort in deinem leben einzubauen es ist ein praktischer ratgeber und du kannst dieses buch bei uns auf der shop seite ganz einfach bestellen und wir wünschen dir einfach dass dieses buch dir zum segen wird dass wenn du es liest hörst dass der heilige geist in deine situation spricht dass du ganz persönlich angesprochen wirst dieses buch kann dir wirklich weiterhelfen und deshalb möchte ich dir herzlich empfehlen weil ich weiß gott hat auch in dem bereich viel mehr für dich